Letzte Woche haben wir einige Gespräche mit Partnern gefühlt, wo die Kampagnen gerade laut ihrer Ansicht nicht gut laufen. Und diese Gespräche haben wieder gezeigt, dass das Problem, weswegen Fachkräfte gerade fehlen, tatsächlich erst mal im Handwerk anzusiedeln ist. Und nicht bei den Leuten selber oder in der Politik oder irgendwo anders. Und warum das so ist, das wollen wir in dem Video besprechen und was du tun kannst, dafür zu sorgen, dass bei dir dieses Problem gar nicht erst entsteht. Erstmal herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist Alex, Marvin ist hier wieder mit dabei. Und wir als A&M betreuen ja mittlerweile über 1000 Fachpartner, wo es wirklich darum geht, Mitarbeiter zu finden oder eben Aufträge zu finden. Beides möglich. Und das Interessante ist, dass die Ergebnisse der Partner rein von unserer Seite, also wie viele Bewerber wir den Leuten liefern, immer sehr ähnlich ist. Klar, da gibt es Schwankungen. Der eine hat mal doppelt so viele, der andere mal halb so viele. Aber es ist immer in einem ähnlichen Rahmen. Das ist jetzt nicht so, dass der eine gar keinen bekommt und der andere tausend. Und wir haben natürlich auch regelmäßig Gespräche mit Partnern, die noch nicht eingestellt haben. Und wir fragen uns dann halt immer, ja, woran liegt das? Und fragen auch die Partner, woran liegt das? Und ich möchte jetzt mal ein paar Themen mit dir teilen, die wieder zeigen, dass diese erlernte Hilflosigkeit im Handwerk, zumindest bei der Mitarbeitergewinnung, ganz, ganz, ganz groß ist. Und dass es oftmals halt wirklich nicht an den Bewerbern liegt. Also erstmal ist es so, was ich super auch feststelle, wenn eine Sache mal schlecht läuft, dann neigt der Handwerker, der Handwerksbetrieb dazu, diese eine Sache, die schlecht läuft, auf die ganze Branche zu übertragen. Einfaches Beispiel, ich habe zehn Bewerber, mit dreien davon vereinbar ich einen Vor-Ort-Termin und zwei davon erscheinen einfach nicht und der letzte erscheint. Dann redet der Handwerker sich jetzt in sein Weltbild ein, warte mal, zwei Leute sind nicht erschienen, die erscheinen ja alle nicht. Wenn ihr die nächsten 30 bekommt, kann es sein, dass von denen alle erscheinen dann, die AN lädt und dann passt auch wieder alles. Also diese reine statistische Betrachtungsweise liegt den meisten Handwerker, in meiner Erfahrung nach, extrem fern. Also die sind sehr stark einzelfallbezogen und das sorgt dafür, dass sie dann die nächsten gar nicht erst anrufen. Und das ist das große Problem nämlich an der Stelle, weil bei den nächsten zehn garantiert drei dabei gewesen wären, die auch gepasst hätten, rein statistisch gesehen wieder. Und dieses, ich fokussiere mich auf die beiden, die nicht kommen und sage mir, ja, die sind ja alle unzuverlässig, die passen alle nicht. Und dann diese Aussage, ich würde es da mal andersrum betrachten, selbst wenn 90 Prozent nicht passen, habe ich zehn Prozent, die passend sind. Und 90 Prozent nicht passend, jetzt von allen, die Handwerksausbildung haben, unterstelle ich einfach mal, ist auch nicht der Fall. Dann habe ich zehn Prozent, die passend sind. Und der Handwerker, der Leute findet, fokussiert sich auf die zehn Prozent. Die Leute, die keine Leute finden, die die ganze Zeit nur meckern, dass der Markt so schlecht ist, dass die Politik so viel Mist baut. Die fokussieren sich auf die 90 Prozent. Ganz einfach Unterschied. Ich will mir noch ein Beispiel geben. Ein Partner von uns, 30 Bewerbungen in einem Monat bekommen, so valide, also absolut in Ordnung vom Ergebnis her. Wir haben mit der Assistentin von einem Geschäftsführer gesprochen und sie meinte, ja, das große Problem ist, dass der Geschäftsführer die ganze Zeit auf die Baustelle muss. Wir so, wieso? Ja, weil die Leute fehlen. Wir so, okay, ja, da arbeiten wir ja dran. Und sie meinte, ja, das Problem ist jetzt nur, er hat keine Zeit, Bewerbungsgespräche zu führen. Ich denke mir, ja gut, aber da beißt sich Katz ja selber einen Schwanz. Und jetzt geht es halt los. Und das ist der Lande Hilflosigkeit einem. Sie sagt, und er sagt auch, wir haben keine Zeit, Bewerbungsgespräche zu führen, deswegen können wir ja gar keine Leute finden. Anstatt zu sagen, wie könnte ich denn es schaffen, trotzdem, dass ich auf der Baustelle bin, Leute zu finden. Jetzt haben wir ihr einen Vorschlag gemacht. Wir haben gesagt, okay, mach doch Folgendes. Mach mit jedem dieser Bewerber, lad die alle zu einem kurzes Videotelefonat ein. Einfach kurz Videotelefonat mit ihr selbst. Der Geschäftsführer, dem fragst du kurz, was sind 10 Fragen, die stellen kann er, damit du mal ein Gefühl bekommst, kann er passen, kann er nicht passen. Ganz simple Thematik. Sie hat die Zeit. Bei ihr ist die Zeit nicht knapp. Ist nur bei ihm knapp. Aber will die Leute ja alles selber sehen. Ist auch in Ordnung. Jetzt führt sie diese Gespräche mit 30 Leuten. Von mir ist es mit 15 Leuten 40 Gespräche. Von mir ist die anderen 15, die sagen, haben sie keinen Bock auf ein Videogespräch. Komplett in Ordnung. Jetzt hat sie 15 Gespräche, die aufgezeichnet sind. Also die fragt am Anfang, kann ich die aufzeichnen, wenn der Chef sich angucken kann. Alles valid ist, genau so. Gänge Praxis, wir das selber machen, andere Partner das bei uns machen. Und der Chef schaut sich einfach nur kurz diese Sachen an. Und auch nur die vielleicht 5 Leute, wo sie sagt, nach dem Gespräch, die sehen passend aus. Die sind super, Chef. Schau dir die mal an. Das sind 5 Telefonate, die er sich wirklich mal anschaut. Da kann er sich theoretisch stichwobenartig was anschauen. Da hat er eine Stunde Zeitaufwand. Diese eine Stunde wird er doch wohl in dem Monat mitbringen. Das muss doch möglich sein. Und dann kann er selber sagen, okay, von den 5 Leuten, der eine sieht super aus. Dann nehme ich mir jetzt auch mal die Zeit. Weil im Endeffekt ist Zeit eine reine Prioritätenfrage. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, okay, was erwartet ihr jetzt? Was erwartet ihr vom Markt? Dass die Leute euch die Tür einrennen und sagen, oh, wir wollen unbedingt anfangen? Ja, selbst dann macht ihr doch die Gespräche gerade nicht. Das ist ein Riesenproblem gerade. Und dieses Problem wird halt mit dem Fachkräftemangel immer größer. Logischerweise, weil die Leute immer weniger Zeit haben. Und an der Stelle war dann ihre Antwort darauf, als allererstes, ja, aber die Bewerber wollen doch, also viele Bewerber wollen das doch gar nicht. Ja, mag sein, wenn es 90% nicht wollen, hast du trotzdem 10% mehr Gespräche, als du davor hattest. Ja, vor allem, es wurde ja auch gar nicht probiert. Also da ist man so ein bisschen gefangen halt in so Glaubenssätzen und beantwortet sich die Fragen schon, bevor sie überhaupt ausprobiert wurden. Ja, das wollen die doch gar nicht und so weiter. Also im Endeffekt, wenn man das unbedingt will, dann findet man da auch eine Lösung. Und man muss dann auch nicht mal kreativ werden, weil wir können den Leuten ja sagen, wie es funktioniert bei anderen Handwerksbetrieben. Und ja, da muss man einfach so aus seinen alten Mustern auch ein bisschen ausbrechen. Ja, und es geht ja bei der Auftragsgewinnung weiter. Ja. Da ist ja auch so, dass früher war es halt so, dass dann die Leute einfach Schlange haben, die Aufträge einfach so verteilt. Jetzt ist es so, da müssen die Leute mal ein bisschen verkaufen. Ja. Und hört es dann schon auf. Da werden dann halt 20 Angebote geschrieben, statt 5 vernünftige. Also 20 wirklich einfach nur Angebote raus. Ja. Früher haben die alle zurückbestätigt, jetzt macht es irgendwie keiner. Man muss ihnen online anfragen, die liegen nein. Ja. Die liegen einfach daran, dass die Leute unsicherer werden. Im Handwerk haben halt zwei Paradigmenwechsel sozusagen stattgefunden. Einmal sind wir von einem Unternehmer-Job-Anbietermarkt sozusagen zu einem Bewerbermarkt gewechselt. Das heißt, die Leute können sich aussuchen. Also früher war es so, da hattest du Wäschekörbe voll mit Bewerbungen und musstest die durchgucken. Heute kannst du dich freuen, wenn du halt irgendwie eine Bewerbung bekommst. Also wenn du jetzt gar nichts machst, kannst du dich freuen, wenn du irgendwann mal irgendwas bekommst. Und genau das Gleiche hat auch im Bereich Auftragsgewinnung stattgefunden, dass die Leute halt nicht mehr Schlange stehen und du nur noch quasi die Angebote annehmen kannst oder annehmen musst, die jetzt perfekt sind, wo die Leute dir die Tür einrennen. Ja. Du musst auch mal ein bisschen Vertrieb jetzt machen oder zumindest viele müssen Vertrieb machen, was auch an sich völlig legitim so eine gute Sache ist. Nur das sind viele gar nicht gewohnt aus der Vergangenheit einfach, weil die Leute die Bude eingerannt haben. Sind das andere Prozesse, andere Denkmuster, die du jetzt halt einnehmen musst, wenn du halt wirklich auf diesen Umsatzlevels bleiben möchtest. Ja. Und für viele Leute ist dann wirklich die Alternative zu sagen, ja, gut, wenn jetzt die nächsten zwei, drei Monate da nicht so viel reinkommt, dann mach ich halt den Laden zu, wo ich mir dann gehe. Aber es ist doch viel weniger Widerstand. Einfach mal zu sagen, ich rufe mal ein paar Leute mehr an oder rufe vielleicht eins, zweimal mehr an. Hol die Aufträge rein, weil die anderen machen es halt auch nicht. Und dadurch, dass es die anderen nicht machen, alleine wenn du es machst, hast du halt schon einen riesen Marktvorteil. Wie gesagt, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen aus meiner Perspektive. Wir haben hier die A&M innerhalb von fünf Jahren hochgezogen, so auf 45 Leute. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie solche kleinen Sachen, die einfach super kriegsentscheidend sind, einfach nicht gemacht werden. Und dann sich damit rausgerät, was die Bewerber schlecht ist, was die Politik schlecht ist, was irgendjemand anderen die Schuld geschoben hat, Hauptsache selber nichts machen müssen. Ich kann es wirklich schwer nachvollziehen. Natürlich, das sind jetzt Beispiele. Es gibt auch super viele Partner, die das mega gut machen, die dann auch dahinter die Leute angehen wirklich. Wir geben ja auch für alle Sachen an die Hand. Wir geben Skripte an die Hand, wir geben Leitfäden an die Hand. Wir müssen wirklich nur noch die Sachen einmal so abprüfen, dann kriegen die auch Leute. Das ist überhaupt kein Problem. Aber solche einfachen Dinge werden halt von einem Teil der Leute, die auch bei uns natürlich Geld bezahlen, dafür, dass wir für die Werbung machen, einfach nicht gemacht. Und ich kann es persönlich nicht nachvollziehen. Ich kann aber natürlich nachvollziehen, dass es dadurch für viele andere einfacher wird. Weil man muss nicht hexen können. Man muss nur vernünftig mit Wasser kochen. Weil selbst das machen viele gerade nicht. Und ja, ich denke, das ist auf der einen Seite ein kleiner Wachruf oder Weckruf, auf der anderen Seite aber auch eine kleine Motivation. Weil jeder, der jetzt auch nur ein bisschen mehr Gas gibt, wird halt automatisch durch die Zeit gut durchkommen. Man muss jetzt nicht sein ganzes Unternehmen auf links drehen. Das ist nicht notwendig. Es reicht ein paar kleine Hebel zu bedienen. Und damit seid ihr sowieso schon weiter als der Rest des Marktes, der nach wie vor jetzt einfach abwartet, dass die Zeit besser wird. Und viele werden das halt nicht erleben. So, wenn es nicht als Unternehmer. Gut, soviel dazu. Auf jeden Fall, ja, von deiner Seite aus ein Abo dalassen. Das ist ganz wichtig, damit wir auch weiterhin, ja, an der Stelle coole Inhalte für euch produzieren können. Und lass gerne einen Kommentar da, wo du sowas schon mal gesehen hast im Handwerk. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.